Ja, grundsätzlich war es mal so, als Anfänger hast du ein Naturhorn. Lange nur einmal C1, G1 und dann kleine G, C2, also langsam gedehnt, aber nicht zu schnell. Denn dann passiert oft ein Fehler, was ich dann auch später festgestellt habe, dass manche Studenten dann unnatürlich ansetzen, damit sie schneller raufkommen. Und dann geht es in der Tiefe nicht mehr, weil sie nicht mehr aufmachen können. Ja, nicht? Und ich habe eigentlich am Anfang eine wirklich gute Tiefe gehabt. Hinauf zu war es schon sehr anstrengend. Das hat sich erst im Laufe der Jahre dann entwickelt, wobei auch mir dann ein Mundstückwechsel geholfen hat, wo ich ein bisschen einen seichteren Kessel gehabt habe, mir Machen ablassen und plötzlich war die Höhe leichter. Und für das erste Horn und der Strauß Literatur oder so, war das schon sehr eine große Hilfe. Wie viel Herz gibt es am Anfang? Sicherlich nicht sehr viel. Also nicht mehr als notwendig. Also am Anfang kannst du ja nicht lange üben. Du musst schauen, dass du das auf zwei, drei Mal pro Tag aufteilst, weil sonst ist das ja gleich kaputt, wenn du zu viel auf einmal übst. Und dann geht es am nächsten Tag ganz schlecht, weil dann die Lippen hart sind und die Elastizität fehlt. Und dann im fortgeschrittenen Stadion dieser Lernzeit habe ich auch nur das Notwendigste geübt. Am liebsten habe ich in der Zeit irgendwo mit Studenten Kammermusik gespielt oder in einem Amateurorchester. Und ich wollte viel blasen, aber nur nicht Etüden spielen. Ja, es ist natürlich notwendig, aber die Etüden sind es ist nicht befriedigend. Es ist kein Erfolgserlebnis da. nicht? Bitteombres a t t t Vielen Dank.